Hi, ich bin Sarah und ich habe meine eigene Band gegründet namens Solo. Ich habe mich auf die Suche nach einem Gitarrenlehrer in Münster gemacht und dann habe ich mich bei Jacinto gemeldet, weshalb ich echt ziemlich schnell auf ein gutes Level gekommen bin. Hello everyone, my name is Anthony Ocaña and I'm a composer guitarist from the Dominican Republic living in Madrid, Spain. When I was a teenager, I had the chance and the opportunity to study with Jacinto Mendez. Even though I was a teenager, I still use what he taught me back in 1993. Hi, ich bin Roman, hatte ein halbes Jahr Gitarrenunterricht bei Jacinto. Es ging es darum, mich auf eine Aufnahmeprüfung an einer Berliner Musikuni vorzubereiten. Dank Jacinto habe ich es tatsächlich geschafft, im Sommer 2012 an dieser Uni angenommen zu werden. Ich bin Pavel und ich bin ein Profesional Musiker. Ich bin eigentlich eigentlich ein Gitarst, und ich habe schon seit 20 Jahren gearbeitet. Das bedeutet, dass das lange ago, ich hatte meine erste Gitarre teacher, und das war Jacinto. Und das war zurück in der Dominikaner Republik. Das ist ein tolles Erfolgsgefühl, was man relativ schnell hat, wenn man einfach auch das anwendet, was er uns öfter macht. Das ist ein tolles Erfolgsgefühl, was man relativ schnell hat, wenn man einfach auch das anwendet, was er uns öfter macht. Einfach auch ganz cool, weil wir einfach auf Videos aufgenommen haben, wenn man dann zu Hause man sich nicht richtig, oder wenn man das Gefühl hatte, man kann sich nicht mehr richtig dran erinnern, dann konnte ich mir das einfach per Video einfach nochmal anschauen. Menschlich muss ich sagen, ist Jacinto super. Er war ein wunderbar, wunderbar Professor. Er hat mich sehr gut gemacht, wie ich meine Gitarre kennengelernt habe. Das war wirklich schwierig. Especially für mich, wenn ich nach dem Conservatorium, um die Klassiker zu studieren. Das war nicht sehr gut gemacht. Es war sehr wichtig für mich, seine Lehren. Und er hat mir auch gesagt, wie die Musik über den Kopf herausfinden. Die Musik über den Kopf herausfinden ist wichtig für einen Musiker. Es ist nicht niemals so wie ein schnöder Gitarrenlehrer, wo man nur langweilige Theorie reingedrückt bekommt. Bei Jacinto ist sogar die langweilige Theorie dann lustig, weil er sich einfach Zeit nimmt und das ganz entspannt mit dir abarbeitet. Jacinto war mein erstes Gitarre-Teacher. Ich wusste gar nicht, wie eine Gitarre zu halten. Und auf der Zeit, ich erinnere mich, dass er mir die Musik aufhören konnte. Und ich denke, das ist seine größte Kraft. Das ist das Gefühl, dass alles, was du bist, er kann dir zeigen, wie du es machen kannst. Um es kurz zu fassen. Ich fand den Unterricht sehr gut. In den dreieinhalb Jahren. Ich habe wirklich enorm viel gelernt. Er ist ein super Motivator. Wenn du dann eigentlich erst irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt kann ich richtig Gitarre spielen. Ich empfehle euch alle, zu studieren mit Jacinto Mendez. Mein guter Freund. Nein. Das ist weshalb ich ihn als Gitarre-Teacher empfehle. Und bis zu diesem Tag sind wir immer Freunde. Und wir sprechen immer noch. Und ich denke, er ist ein großartiger Mann, mit der Musik zu spielen und zu spüren. Und du fühlst dich wirklich komfortabel. Also, gib ihm einen Versuch. Also ich kann euch den Unterricht bei Jacinto wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock habt ein bisschen Gitarre zu lernen oder auch fortgeschritten seid und weitermachen wollt. Weil ich finde, dass er als Gitarrenlehrer alle wichtigen Komponenten mitbringt. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Ja, perfekt eigentlich. Was ist das eigentlich? Ja.